Musik 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 Und damit heiße ich euch herzlich willkommen Willkommen zu meiner Review zu Rocky Balboa. Rockies Comeback könnte man sagen und Sylvester Stallone hat hier bei diesem Film wieder Regie geführt, der 2007 in den deutschen Kinos erschienen ist. Worum geht es jetzt um Rocky Balboa? Nun, Rocky ist mittlerweile ein ziemlich alter Typ geworden. Die Liebe seines Lebens, Adrian, ist leider verstorben. Naja, Rocky lebt sein Leben, betreibt ein Restaurant mit dem Namen seiner Frau, hat den Boxtitel auf jeden Fall an den Nagel gehängt, bis auf einmal eine Computersimulation auftaucht, wo der heutige Champ gegen Rocky Balboa, den Italian Stallion, kämpft und Rocky gewinnt. Und das bringt natürlich viele auf den Plan, die sagen, hey, wir wollen Rocky nochmal kämpfen sehen und auch Sylvester Stallone. Jetzt sag ich schon Sylvester Stallone. Und auch Rocky hat immer noch dieses Boxerherz irgendwo in sich und braucht diesen einen letzten Kampf, um sich selber zu beweisen, dass er es immer noch drauf hat und das ist eigentlich Rocky Balboa. Ich war wirklich sehr, sehr gespannt auf diesen Film und auch diesen Film hatte ich bis jetzt noch nie gesehen vorher. Ich war super gespannt, was Sylvester Stallone mit diesem Comeback von Rocky anstellt, ob das glaubhaft wirkt. Keine Ahnung, ich war einfach super gespannt, eigentlich in jeder Hinsicht. Und ich muss sagen, Rocky Balboa ist definitiv ein guter Film. Kein großartiger Film, finde ich definitiv, aber auf jeden Fall ein wirklich guter Film. Bei diesem Film schwingt natürlich ganz, ganz viel Nostalgie mit und das verheimlicht der Film auch nicht, aber das finde ich auch irgendwo ganz gut. Wir kehren durch Rockys Augen immer wieder zu Orten aus den ersten beiden Teilen zurück und das fand ich sogar okay in diesem Film, weil es ist durch Rockys Augen. Und so ist es, finde ich, nicht einfach nur Pendering zum Zuschauer irgendwie, sondern hat irgendwie einen narrativen Grund auch, weil Rocky vermisst dieses alte Leben, dieses Boxerleben und kehrt ja am Todestag von Adrian immer wieder zu diesen Orten zurück. Und ich finde, das ergibt storytechnisch schon auch Sinn und das löst schon was aus beim Zuschauer, definitiv. Vor allem diese erste halbe Stunde, es ist fucking traurig. Es ist wirklich super, super traurig. Vor allem, ich habe jetzt gerade diese ganze Reihe durchgeschaut und jetzt auf einmal fängt der Film an mit, ja, Adrian ist tot. Sie ist an Krebs gestorben. Und du denkst so, Jesus, fuck, man, niemand aus der alten Reihe, außer Rocky und Pauly, ist eigentlich noch übrig. Und das bricht einem irgendwie schon das Herz, wenn man sich Rocky Balboa jetzt anschaut und diese ganze erste halbe Stunde zu sehen, wie Rocky hier von Ort zu Ort geht und diese Erinnerungen wieder hochkommen in ihm. Und das nimmt einen schon sehr, sehr mit als Zuschauer, muss ich schon sagen. An der einen oder anderen Stelle ist es manchmal dann doch ein bisschen dick aufgetragen. Zum Beispiel haben wir hier die Stelle, wo Rocky an seiner alten Wohnung steht. Und so aus Rocky 1 in der Szene, wo er Adrian immer wieder reinbittet zu sich und sie eigentlich nicht kommen will, ist so ein bisschen nachgestellt hier in diesem Film. Und dann haben wir aber so mit so einem Masken-Effekt so Adrians Oberkörper, der sich nach unten hin auflöst, an der Treppe stehen und sieht so aus wie so ein Force Ghost aus Star Wars. Das war ein bisschen sehr weird. Ich weiß nicht, warum hätte man nicht einfach die alte Szene reinschneiden können, wie sie da steht. Keine Ahnung. Das war ein bisschen sehr, sehr schmalzig. Aber sonst muss ich sagen, gehen die Szenen definitiv ans Herz. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich es noch sagen soll, aber Sylvester Stallone spielt sich hier wirklich die Seele aus dem Leib. Also der ist hier nochmal so wirklich in der Rolle. Und da gibt es vor allem eine Szene, wo er mit Pauly redet, wo ihm so die Tränen hochkommen und das überträgt sich einfach direkt auf den Zuschauer. Das ist unfassbar krass. Also Sylvester Stallone liefert hier wieder absolutes A-Game ab, finde ich. Einige Figuren aus den alten Teilen kommen doch wieder zurück. Pauly natürlich, der auch einige sehr, sehr schöne Szenen hat. Auch ein paar sehr, sehr traurige Szenen definitiv. Aber vor allem dieses eine Mädchen aus dem ersten Rocky-Film. Es ist dieses Mädchen, dem Rocky im ersten Film diese Lebensweisheit mit auf den Weg gibt. Und die dann antwortet mit Screw you, Creeple! Ja, und Rocky trifft sich hier zufällig wieder und naja, fängt dann an, irgendwie so eine Vaterfigur für sie zu werden. Und dann gibt es recht viele Szenen zwischen ihr und ihm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dieser Handlungsstrang ist für mich irgendwo ziemlich im Nichts verlaufen. Weil ich dachte, da kommt dann irgendwas noch zum Schluss mit diesem Handlungsstrang. Ich dachte, da wird dann irgendwas noch mitgemacht. Aber sie ist einfach da, den ganzen Film. Und Rocky kümmert sich um sie. Aber da kommt dann nix gegen Ende hin, irgendwie. Also, ich weiß nicht, da hätte im Finale noch irgendwas mit passieren müssen, irgendwas. Und dann gibt es natürlich auch einen Strang mit Rocky und seinem Sohn. Und den fand ich wirklich sehr, sehr schön. Der macht wirklich eine tolle Arc durch. Und dann geht es natürlich auch ums Kämpfen. Oh, und hier will ich gar nicht so viel meckern. Hier gibt es eine wunderschöne Montage wieder, wie Rocky trainiert mit Gonna fly now! Und naja, dann kämpft Rocky gegen den Champ. Und der Champ ist eine absolute Lachnummer, wenn ich ehrlich bin. Das ist bis jetzt der schlechteste Antagonist. Also erstens hat er keinen wirklichen Charakter und keinen wirklichen Tiefgang. Das wird versucht in ein paar Szenen. Aber das funktioniert leider so gar nicht. Und ich meine, Tiefgang hatten ja hier Ivan Drago und Mr. T jetzt auch nicht unbedingt. Aber die hatten wenigstens eine Leinwandpräsenz. Aber die hat der Typ leider auch nicht. Ich fand, das war eine ziemliche Lachnummer, dass Rocky gegen den gekämpft hat. Und der Kampf an sich... Ich weiß nicht. Also an sich fand ich den schon ganz cool. Aber der wurde leider im Schnitt so hart sabotiert, finde ich. Es ist so viel, es ist so montagemäßig gemacht in diesem Schlag, dass sie schlagen und dann wird das Bild blau und weiß blenden und wow, 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 slow-mo. Sodass man teilweise gar nichts mehr gesehen hat im Kampf. Und das weiß ich nicht. Das fand ich wirklich sehr, sehr schade bei diesem Kampf. Das ist ein bisschen sehr schade bei Rocky Balbauer, bei dem ganzen Film, muss ich sagen. Dass dadurch, dass der Kampf und dass der Antagonist nicht wirklich überzeugen, der Film einen sehr faden Beigeschmack bei mir hinterlassen hat. Obwohl der Rest vom Film wirklich gut ist. Das Einzige, was mir sonst noch negativ aufgefallen ist, ist, dass ein paar Dialoge, da merkt man, dass Stallone halt eigentlich ein Filmemacher aus den 80ern ist und nicht aus 2007. Ein paar Dialoge hören sich halt an wie aus den 80s und sind ein bisschen sehr cheesy. Und der Film ist halt ein bisschen sehr cheesy und sehr glossy so. Aber da habe ich jetzt nicht so das Problem mit, weil das sind die Rocky-Filme halt. Mein Gott. Aber das mit dem Kampf und so, das hat mich schon sehr, sehr geärgert bei dem Film. Das hinterlässt einen sehr faden Beigeschmack, obwohl der Film eigentlich durchaus gut ist. Ich gebe Rocky Balboa 7 von 10 Punkten. Ich finde, das ist ein guter Film. Der ist besser als Rocky 3, 4 und 5. Auf jeden Fall. Der hat sehr, sehr viel Herz. Und Stallone gibt schauspielerisch definitiv sein A-Game. Und es ist ein sehr, sehr schönes Comeback. Gut, das war meine Review zu Rocky Balboa. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß mit diesem Video. Lasst mich unten in den Kommentaren wissen, wie ihr den Film findet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens bei Creed. Gut, dann sehen wir uns. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.